Werdet auch ihr behandelt. Dies sind kluge Worte. Worte der Weisheit. Doch Bruder, Ritore, kommt da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Der Assassine muss leiden wie Remus. Der Weg ist mit dem ZDF für funk, 2017 Untertitelung des 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 ZDF für funk, 2017 Dein Tod ist beschlossen, Assassini Durch eure Borgia Herren? Was weißt du schon? Ich weiß, dass sie euch verschlüsselte Briefe senden. Beweist eure Unschuld. Sagt, wo versteckt ihr das Schiffrierblatt? Niemals! Lauf! Los! Lauf! 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 Wir, wir, maledicione! Wir, wir, maledicione! Madonna, damit habe ich nichts zu sagen! Wir, wir, maledicione! Merda, wer ist das? Wir, maledicione! Okay. Andiamo! Andiamo! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Geh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kommt her, Leute. Ich habe viele neue Werke von Aufreg... Teilung für alle Schäften. Was war's? Kommt jederzeit wieder zu mir. Kommt und seht, was Stolz, Schönheit und Jahre der Erfahrung ausbieten. Äh! Ich habe einige feine Waren zu bieten. Einige von den Schäften, die für die Heilige Erachter sind. Ich habe einige feine Waren zu bieten. Nein! Buongiorno, Ezio. Es ist Zeit, Lucrezias Liebhaber aufzusuchen. Pietro. Meine Männer suchen ihn bereits. Molto bene. Ezio, gestattet ihr... Was gibt es? Rodrigo wurde von irgendjemandem gewarnt, sich von der Engelsburg fernzuhalten. Machiavelli? Habt ihr Beweise? No. Ein bloßer Verdacht darf uns nicht trennen. Die Borgia haben unsere Spione aufgedeckt. Wer verrät sie? Maestro Machiavelli erkundigte sich heute nach unserer Suche nach Pietro. Ezio? Nur ein stinkiger Pellegrino kam vorbei und verkündete laut, heißt die Apokale... Hey! Jetzt geht es. Was strattet ihr? Bitte nicht lassen mich leben! Bitte nicht lassen mich leben! Bitte nicht lassen mich leben! Oh, oh der! Oh! Ich hab die Rasse! Ich hab die Rasse, ich hab die Rasse, ich hab die Rasse! Ich hab die Rasse, ich hab die Rasse, ich hab die Rasse! Ich hab die Rasse! Ich hab die Rasse, ich hab die Rasse, ich hab die Rasse! Ich hab die Rasse, ich hab die Rasse! 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 Das macht mich leben! Bitte! Nicht, dass ich das nicht kann! Was habt ihr über Pietro erfahren?! Er soll an ein Kreuz gehängt werden. Micheletto nimmt sich ihn mit dem Speer vor. Er soll ein Kreuz gehängt werden. Er soll ein Kreuz gehängt werden. Was für ein Schwachkopf. Er wird sich noch umbringen. Er soll ein Kreuz gehen. 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 Ah! Ich sehe ihn! Da! Ziemlich schnell für eine Leiche! Wo komm ich hin? Er ist in Reichweite der Wurzeln da oben! Dein Tod wird nicht schnell sein! Oder schmerzlos! Wo ist der hin? Dein Ende naht, Assassine! Besenftigt Romulus! Tötet ihn! Dreh ihn! Und er bringe euch bei, mit Romulus zu reden! Ja! Ja! Tötet ihn! Tötet ihn! Erteilt dem Ungläubigen eine Lehre! Den Dienern der Welt entfickt ein Platz im Himmel! Habt ihr diese Lügen von euren Borja-Herren gelernt? Ich spreche die Wahrheit! Du bist es, der Lügen verbreitet! Gebt mir das Schiffrierblatt! Ich geb dir nur eins, den Tod! Ihr glaubt, ihr könnt entkommen? Gebt mir das Schiff! Die quiht... ... und schiff! Was? Abonnieren! Alles klar! Das ist so, wie du gebt! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.